Einen wunderschönen... Oh, guten Tag! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Piece Odyssey. Direkt mal mit einem Würfelfragment. Wir haben ja generell einige bekommen. Gum Gum Storm. Puschen wir das einfach, äh, weil ich weiß nicht, was ich sonst pushen soll. Eventuell hier. Nee, komm, das ist eigentlich egal, was ich pushe. Weil ich benutze immer nur die gleichen Sachen. Das ist wichtig. Jet Whip, Jet Bazooka, Jet Pistol. Ah, ich hab noch ein Fragment bei Doofy. Ähm, da macht die Jet Whip. Nee, Bazooka. Oder warte. Nee, Jet Bazooka, Jet Pistol. Ja, ist eigentlich egal. Zorro hat auch ein Fragment bekommen. Da können wir das Shishi Son Son pushen. Shopper, ja gut, da bringt's mir nix. Bei Sanji bringt's mir aktuell auch nix. Ähm, ja, da packen wir es auch in den Conqueror. Nami kann den Swing Arm verstärken. Sehr gut. Ähm, Usopp hat, hat am meisten von allen. Ähm, Usopp, da haben wir Franky, der hat noch nix. Robin hat auch nix bekommen. Das ist bedauerlich. Ähm, hab ich hier noch irgendwas Neues? Nee, ne? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt zu Adios Haus zurück und dann geht's wahrscheinlich in die nächste Erinnerung. Nee. Es geht wahrscheinlich wieder in eine Ruine, um den nächsten Koloss zu erledigen. Das ist, äh, so meine Theorie, die ich habe. Ich mal runterspringe. Natürlich gibt's eine Abkürzung. Ich hoffe es doch. Oh, wir gehen einfach hier durch. Zack. Ist doch sicher irgendwas... Hä? Wohin führt mich das hier? Äh? Aha. Guck mal. Ja, schon wieder für Usopp. Ich glaub's ja nicht, äh. Ja gut. Apropos Usopp, du kannst rein für Chopper, damit wir wieder eine schöne Varianz haben. Und das ist wohl diese Tafel von, äh, die der eine Joissa da will, ne? Kingkorn Gartentafel erhalten. Cool. Okay. Dann nehmen wir hier die Truhe noch. Oh, das ist noch ein Würfel. Nudeln mit Grundgestein für Sanji, okay. Robin hat auch noch was gefunden. Vitalapfel, aha. Satte. Information über Doisa. Okay. Kann ich die Ich kann die Joissa Reise immer noch nicht benutzen. Das gibt's ja nicht, äh. War das Sanji? Ähm. Ja. Was ist da rein? Dann speichern wir schnell. Damit er die Spielzeit wieder in die Höhe steigen kann. Ja, ich war von den eineinhalb Stunden, die ich jetzt wieder im Spiel drin war, hab ich bisher nur 32 Minuten aufgenommen. Der Rest war ich AFK mit meiner Katze am Spielen. Ha. Ja. Man muss halt mit einem Haustier auch spielen und es streicheln. Aha. Da können wir hin. Wunderbar. Würfel? Ja, nein. Ne. Hier? Ne, das ist der Weg. Ja, ist doch gut. Und wann holen wir endlich Brug? Könnten wir eigentlich schon lange. Ah. Klar, dann kämpfen wir halt schnell gegen dieses Zeugs hier. Jet Gattling. Oh, ich hab mehr der Match erwartet von dir, Luffy. Ich hab mehr erwartet. Naja. Ähm, ja, Zoro. Schade, kein Punch. 201 SP. Fuck me. Kein Punch? Sag mal. 425 SP. Dann machen wir einen Phönixstern. Higotoribosh. Gut. Ei. Zoro. Dein Einsatz. Sehr gut. Ja, greift ruhig Luffy an. Es ist okay. Oh yes, baby. So und nicht anders geht das. Ah, guck mal. Immer noch bisschen EP-Bonus von der Party, die wir gefeiert haben. Sehr gut. Und dann, äh. Gehen wir zurück zu Adios. Häuschen. Und gucken mal, was als nächstes auf dem Programm steht. Das ist schon richtig hier rechts durch. Genau. Das ist doof, kann man die Joissa-Reise nicht machen. Die haben halt alle Angst vor uns. Du musst nichts. Einfach dabei sein, Lim. Ja, würde ich auch sagen. Das sind wir auch schon. Vielleicht können wir nochmal eine kleine Party feiern. Hallo, hallo, hallo. Oh, wir sind hierher. Ich glaube, wir sind in der nächsten Zeit. Wie geht's es? Es ist Wir sind an. Ich bin schon wieder zurückgekehrt. Das stimmt! Genau. Dann würde ich kurz sagen. Was ist das? Was ist das Problem? Ich habe mich nicht verletzt. 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 Das wird helfen. Dann, ich gebe mir die Stücke. Dann, ich gebe mir die Stücke. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ja, okay. Dann bauen wir mal die Brücke. Let's Fetz. Begib dich zu den Eisblock-Ruinen. Aha. Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo der andere Joissa ist. Ähm. Für die eine Tafel. Hm. Ich, äh... Weiß es nicht. Nee, irgendwo hier ist er... Pass sie mal einen an. Du hast Essen gefunden. Janji. Aha. Walross-Eispanzer. Okay. Sag ich mal die Ziele, aber jetzt... Nee, ich kann bei nix die Belohnung abholen. Gewinne 5, kämpfe in den Eisblock-Ruinen. Okay. Ja, dann begeben wir uns mal dahin. Gehen wir mal die Brücke reparieren. Vielleicht... Vielleicht... Ja, ich denke mal nicht, dass wir hier groß noch einen Würfel finden oder so. Ja, dann mach mal. Dann mach mal was Schönes hier. Franky kann kaputte Brücken reparieren und neue Brücken bauen. Für die Reparatur an der Brücke sind allerdings passende Bolzen und Schrott nötig. Ja, okay. 4 Stahlbolzen und Schrott. Alright. Wunderbar. Ah, ich muss mit Adio reden, okay. Ah. Warum muss ich denn mit ihm zuerst reden? Gehen wir doch einfach. Scheiß auf ihn. Adio. Mein Freund. Jaja, unglaublich. Ja, wir gehen jetzt zu den Ruinen. Adio ist der Gruppe beigetreten. Okay. Dann können wir wieder zurücklaufen. Das ist ja super. Das ist ja sensationell. Aber das Gute ist, wir haben Franky dabei. Wer uns jetzt Brücken bauen kann. Ist doch super, oder nicht? Weg zu den östlichen Ruinen. Ist hier vielleicht irgendwo was Grünes? Das ist das. Das ist das. Dann gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Die Eisblock Ruinen. Ich hoffe, wir müssen dann nicht wieder zurück nach Anies Lobby. Beziehungsweise Water 7. Um hier ein Rätsel lösen zu können. Sonst zieht sich das Spiel halt wieder unnötig in die Länge gefühlt. Auch wenn Water 7 cool ist. Das ist ja. Das ist ja. Ich habe einen Punkt nach dem Zitzen. Ich habe das Zitzen gefunden. Das heißt, das Zitzen zu sehen. Zitzen zu sehen. Das ist eine Zitzen? Das ist nicht wirklich. Das ist doch schon. Ich habe das erste Mal nach dem Zitzen. Ich habe mich überrascht. Das ist wirklich ein Zitzen. Was ist das? Ach, Zorro kann alles zerschneiden. Erkunde die Eisblockruinen. Ja, let's go. Ach, lass mich in Ruhe. Ein Pinguin mit nem Hut. Cool. Hoppala. Entschuldigung. Oh, guck mal. Grüner Würfel. Hol den mal schnell. Oh, Mann. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht so gut geht. Okay, das ist ein Pinguin. Ja, das ist ein Pinguin. Zwei Fragmente auf einmal für Nami. Na, das ist ja mal was, ha? Ähm. Happiness Punch. Thunderbolt. Tempo. Ja, komm. Geht kaum was da rein. Ähm. Ich speichere nochmal. Und... Komm. Wunderbar. Dann erkunden wir die Ruine morgen. Dann ist für heute Schluss. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, mein Lieben. Tschüss.